Malfoy? sagte sie und hatte verwirrt zu ihm nach oben Was machst du hier? Was ich hier mache? zischte er Du hast die Schutzzauber aktiviert Ich habe angenommen, dass du mich für irgendwas brauchst Sie drehte sich zur Seite und stand auf Malfoy schaute sie von oben bis unten an Was hast du gemacht? Ich habe Flussgras gebraucht, das während des Vollmondes geerntet werden musste sagte sie Sie bemerkte, wie sie immer noch leicht keuchte Und dann waren da Werwölfe Ich konnte nicht bis nächsten Monat warten Also bin ich weggerannt und habe währenddessen das Flussgras gesammelt Aber ich bin nicht mehr besonders fit Es hat mich außer Atem gebracht Das hier war der Ort, der am nächsten war, wo ich hin reparieren konnte Also habe ich versucht, mich kurz zu erholen Wo hast du das Flussgras gesammelt? Seine Stimme hatte etwas Angespanntes an sich Sie gestikulierte über ihrer Schulter Ja, da ist ein Feld in der Nähe von hier In Forest of Dean Es ist einer der Orte, wo ich normalerweise hingehe, um Zutaten für Tränke zu sammeln Normalerweise? Es herrschte eine kurze Pause Du wanderst nachts draußen rum Zum Zutaten sammeln Zanemine erstarrte Ja, Hermine nickte Sie schaute verstohlen zu ihm Ich habe es schon zuvor erwähnt Nein Du hast gesagt, dass du Zaubertrankzutaten besorgst Ich habe angenommen, dass du einen Zudierferer hast Sein Ausdruck verhärtete sich Und seine Augen waren Beschuldigend So, als ob sie ihn angelogen hätte Hermine schaute ihn ungläubig an Ich bin eine Terroristin Es kostet ein Vermögen, Zaubertränkezutaten auf dem Schwarzmarkt zu besorgen Ich werde mein Budget nicht verschwenden Wenn ich sie kostenlos und in besserer Qualität bekommen kann Wenn ich die Arbeit selbst erledige Also latschst du nachts durch die Natur im magischen Britannien Um Zutaten für Tränke zu sammeln? Alleine? Offensichtlich, sagte Hermine schnaubend Deshalb treffen wir uns Dienstagmorgens Nachdem ich fertig bin Es herrschte eine lange Stille Du wirst das nicht mehr tun Verkündete er mit entschlossenen Tonfall Du wirst aufhören Du wirst in dem traurigen kleinen Sicherheitshaus bleiben In dem du die Leute heilst Und du wirst nicht mehr Zutaten sammeln gehen Hermine starrte ihn entristet für einige erstaunte Sekunden an Das werde ich definitiv nicht tun Du kannst nicht kontrollieren, was ich tue Seine Miene spannte sich an Ein räuberisches Funkkorn erschien in seinen Augen Das kann ich sehr wohl Hast du's vergessen? Du gehörst mir Wenn ich dir sage, dass du in diesem Zimmer sitzen Und bis nächste Woche an die Wand starren sollst Dann hast du dein Versprechen gegeben, dass du das tun wirst Hermine fühlte, wie sich die Wut in ihr ausbreitete Nein, das werde ich nicht tun Weil du mir dein Wort gegeben hast Dass du nicht meine Arbeit für den Orden beeinträchtigst Zutaten sammeln ist ein Teil meiner Arbeit Es steht nicht zur Diskussion Wenn du alles kontrollieren wirst, was ich tue Dann musst du warten, bis wir gewinnen Du hast es genauso versprochen Malfoy stand da und funkelte sie an Seine Augen waren abschätzend Dann wechselte er abrupt das Thema Du bist also vor einem Wehrwolf weggerannt Sie errötete Nein, ich meine, sie waren nicht wirklich nahe Außer zu Schluss Ich bin vielleicht nur so hundert Meter gerannt Bist du deshalb noch immer außer Atem? Sagte er skeptisch Ich, ich mache nicht viel andere körperliche anstrengende Arbeit Außer das Sammeln Es gibt nicht wirklich einen Grund für mich An meiner Ausdauer zu arbeiten Sagte sie abwehrend Malfoys Mund klappte plötzlich auf Er machte ihn wieder zu Und legte eine Hand für einige Sekunden über seine Augen So, als ob er sich erst einmal fassen musste Dann zog er seine Hand weg und schlade sie an Wann genau war das letzte Mal, als dich jemand im Kämpfen unterrichtet hat Ich nehme an, dass du die Grundlagen des Duellieren übst Gegeben, dass du so wichtig bist, dass sie dich nicht mal mehr kämpfen lassen Deine Verteidigung muss mit Sicherheit unvergleichlich sein Wenn sie dich mitten in der Nacht alleine rausgehen lassen Hermine ließ ihren Blick sinken und fummelte an dem Träger ihrer Umhängetasche herum Ich bin sehr beschäftigt Das ist einer der Gründe, warum sie mich aus den Kämpfen zurückgezogen haben Weil es so viele andere Dinge gibt, für die sie mich brauchen Wie lange ist es her, Granger? Seine Stimme war harsch Sie schaute sich im Zimmer um Die dumme Hütte hatte nicht einmal etwas, wo sie so tun konnte, als ob sie es musterte Sie konzentrierte sich auf einen Ast in den Dielen Es ist vermutlich so um die zweieinhalb Jahre her Sagte sie leise Er ließ sein Gesicht in seine Hand sinken und war still So, als ob er es nicht einmal ertragen konnte, sie anzuschauen Hermine vertrete ihre Augen Nun, ich gehe denn mal wieder Sagte sie schlussendlich mit rauer Stimme Es tut mir leid, dass ich dich gestört habe Es wird nicht wieder vorkommen Ich werde dich trainieren Sagte Malfoy abrupt Er richtete sich auf und schaute auf sie hinunter Was? Sie schaut ihn verwirrt an Ich werde dich trainieren Sagte er langsam Da es anscheinend keine Option ist, dich davon abzuhalten, Zutaten sammeln zu gehen Ich werde meine Zeit nicht damit verschwenden, einen neuen Vertrag mit dem Orden zu schließen, weil du nicht schlau genug warst, um dich ausreichend fit fürs Kämpfen zu halten Angesehen der Tatsache, wie sie alle kämpfen, gehe ich davon aus, dass jede andere Person, die ich bekommen würde, scheiße in Oclomantic sein würde Und viel leichter aufgegriffen werden könnte Nun, Malfoy Slytherin Selbsterhaltungsinstinkt war definitiv noch stark ausgeprägt Hermine seufzte irritiert Das ist wirklich nicht nötig Ich kämpfe nicht Es gibt kaum Probleme, wenn ich auf Zutatensuche gehe Du musst dir keine Sorgen darum machen, deinen wertvollen Kriegspreis zu verlieren Ach, wirklich? Sagte er Seine Stimme klang lässig, als er auf sie zukam Du willst nicht Denn du wirst bald mit deinen Oclomantic-Übungen fertig sein Ich hatte gedacht, du würdest es eher bevorzugen, das Duellieren zu üben, als ein paar der anderen Aktivitäten, von denen ich verlangen könnte, sie mit dir zu üben Sie bezweifelte, dass er tatsächlich die Absicht hatte, seine schlecht verschleierte Drohung wahr werden zu lassen, da er keine spezifische Neigung dafür gezeigt hat Wenn er sie in Duellieren unterrichten wollte, dann würde ihr das nicht schaden Sie würde es definitiv vorziehen Sie musste weiter Zeit in dem verbringen Sie würde ihre Mission nicht erreichen, wenn sie keine Zeit miteinander verbrachten Also gut, sagte sie schnippisch Ihr Ausdruck war leicht von Hohen durchzogen Du siehst so verbittert aus Sein Gesichtsausdruck sah fast boshaft vor Spott aus Hast du gedacht, dass ich es einfach verlangen werde, dass du mich vögelst, anstatt es nicht zu tun? Enttäuscht Nur in deinen Träumen, sagte sie und funkelte ihn böse an Jede Nacht Sie vertrete die Augen Erkaufst du dir all deine Gesellschaft? Tragte sie Ihre Stimme war süß und ihr Ausdruck herablassend Er blinzelte nicht einmal Ich genieße Professionalität Sagte er einfach Er schaute nach oben an die Decke So, als ob er ein Mantra aufsagte Klare Linien Kein Drama Ich muss nicht so tun, als ob ich mich Sorge Er grinste höhnisch bei den letzten Worten So, als ob sich Sorgen zu machen das beleidigendste Konzept ist, was die Menschheit je gesehen hat Natürlich Das ist so typisch, du Durchaus Stimmte er mit einem dünnen Lächeln hinzu Es herrschte eine Stille Hermine wollte ihm sagen, dass er abscheulich war Aber sie war sich sicher, dass er es schon wusste Sie war müde und es brachte sie dazu, grausam sein zu wollen Oh, redest du mit ihnen und weinst? Erzählst ihnen, wie traurig und einsam dein Leben ist? Oder beugte sie einfach ohne ein Wort von über? Tragte sie Ihre Stimme strotzte nur so vor Spott Seine Augen blitzten auf Willst du, dass ich es dir zeige? Seine Stimme war schneidend und so kalt wie ein Eissplitter Durch Hermines beinahe Zusammenstoß mit einem Werwolf rauschte das Adrenalin noch immer durch sie hindurch Sie war an hoher Stresslevel durch ihre Arbeit auf der Krankenstation gewohnt Aber es war immer das Leben von jemand anderem Sie fühlte sich wie High durch ihre nahe Begegnung mit dem Tod Sie verstand Harry auf einmal Sie fühlte sich, als ob sie alles tun konnte Ein Gedanke schoss ihr bei Malfoys Drohung plötzlich durch den Kopf Sie schaute zu ihm nach oben und hob ihr Kinn an Du wirst es nicht tun Seine Augen wurden grausam Aber bevor er antworten konnte, fuhr sie fort Es wäre zu real für dich Es mit jemandem zu tun, den du kennst Jemandem, den du wiedersehen würdest Es würde deine klare Linien durcheinander bringen Versuchst du mich zu testen, Granger? Seine Stimme war tief und zärtlich Sie starrte ihn an Ich nehme an, das tue ich Sagte sie kalt Aber ihr Herz begann wie verrückt zu schlagen Als ihr bewusst wurde, was sie gerade getan hat Er lehnte sich nach unten Seine Augen waren steinhart Bis sein Gesicht nur noch wenige Zentimeter von ihrem eigenen entfernt war Zieh dich aus Hermine bewegte sich nicht und er tat es auch nicht Also kam er langsam noch näher, bis sie zurückwich Er ragte über sie hinaus Seine Augen glitzerten Es bringt dich um, oder? Das Ungewisse Du hast von mir erwartet, es sofort zu tun Das Warten Versuchen zu erraten, wann es vielleicht passieren wird Das stört dich mehr als der Gedanke, mich tatsächlich vögeln zu müssen Er grinste höhnisch Nun Du hast meine Aufmerksamkeit Zieh dich aus Hermine starrte zu ihm nach oben Sie spürte, wie ihr Gesicht heiß wurde Als der Rest ihres Körpers immer kälter wurde Du willst mich nicht einmal Warum hast du mich in deine Forderungen eingeschlossen? Was ist der Sinn dahinter? fragte sie Ihre Stimme war wütend und verwirrt Er grinste Du hast recht Ich will dich nicht Es hätte nicht wehtun sollen, als er das sagte Aber irgendwie tat es das Vor allem durch den rachsüchtigen Spott, der in seiner Miene zu sehen war Als er aus ihn unterstarrte Wie dem auch sei, es wird niemals alt werden, dich zu besitzen Jetzt und nach dem Krieg Ich kann es kaum abwarten, zu sehen, wie bitterlich du diese Worte bereuen wirst Also Zieh dich aus Seine Stimme wurde tiefer Oder Soll ich es für dich tun? Hermines Hände wanderten nach oben zu dem Kragen ihrer Bluse und hielten ihn schützend fest Sie war verängstigt und wütend, dass sie das Gefühl hatte, gleich das Weinen anzufangen Er besaß sie Sie hatte dem Ganzen zugestimmt Ihr Kinn bebte und ihre Hände fingen das Zittern an Macht tönt dich an, oder? Ihre Stimme zitterte vor Rage, als sie sich dazu zwang, den obersten Knopf ihrer Bluse zu öffnen Jemandem wehzutun, der sich nicht wehren kann Oder sich nicht wehren wird Das zu verwenden, warum sich Menschen sorgen Um sie zu foltern und sie zu Dingen zu zwingen Du bist genauso wie Voldemort Die Boshaftigkeit in Malfoys Gesichtsausdruck verschwand plötzlich und er wurde blass Die Mauern um seine Rage verschwanden plötzlich und Dunkelheit und Magie strömte aus ihm in Wellen heraus Es füllte und wandte sich durch die Luft Die eiskalte Wut, die in seinem Ausdruck erschien, war niederschmetternd Seine Augen wurden schwarz Seine Lippen verzogen sich bissig und er wurde immer blasser und blasser, als er sie anstarrte Hermines Augen weiteten sich vor Horror und sie wich zurück, machte sich bereit Raus! zischte er Hermine starrte ihn an, bewegte sich nicht Wie ein Tier, das vor Furcht erstarrt war Er schäumte vor Wut Plötzlich krachten die Türen der Hütte so gewaltsam auf, dass die Scharniere nachgaben und die Tür auf dem Boden fiel Raus! grüllte er Er musste es Hermine nicht noch einmal sagen Sie stürzte auf die Tür zu und apparierte, sobald sie spürte, dass sie hinter dem Schutzzauber war Angeln Er schnappt Ausdruck Graus! Geist Eing Du 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 Vielen Dank.